Hallo zusammen und willkommen bei Fotodrauf, dem Aguilar-Podcast. Ich bin Franziska und habe euch heute die neue Folge zu einem Thema mitgebracht, das ihr euch gewünscht habt. Es ist nicht schön, aber leider unvermeidbar darüber zu reden, denn Parasiten bei Hunden und Katzen sind allgegenwärtig und jeder viermaler kommt in seinem Leben wohl mindestens einmal mit ihnen in Berührung. Umso wichtiger, dass ihr als Besitzerinnen und Besitzer wisst, welche Parasiten es gibt, was sie für negative Auswirkungen auf Hund und Katze haben können und natürlich, wie ihr am besten vorbeugt. Um darüber aufzuklären, bin ich nicht allein hinter dem Mikro, sondern habe meine Kollegin und Tierärztin Melanie Müller mitgebracht. Sie ist schon seit Beginn unseres Podcasts regelmäßig hier als Expertin an meiner Seite und klärt über Tiergesundheit auf. Melanie, schön, dass du heute auch wieder dabei bist. Ja, ich freue mich. Es ist letztes Mal schon viel zu lange her. Auf jeden Fall. Ja, deswegen steigen wir heute mit der Frage ein, welche Parasiten gibt es denn überhaupt bei Hund und Katze? Viel zu viele. Also als ich mir gestern oder vorgestern die Sachen nochmal wieder angeschaut habe und nochmal ein bisschen nachgeguckt habe, da ist es mir wieder wie Schuppen von den Augen gefallen. Es ist ja wirklich wie im Horrorfilm, wenn man sich diese ganzen kleinen Bieste anschaut. Aber werden wir etwas konkreter und zwar kann man das ganz grob einteilen in verschiedene Gruppen. Und zwar gibt es einmal die Endoparasiten, also die Parasiten, die im Körper und die bekanntesten vor allen Dingen im Darm eurer Vierbeine leben. Dazu gehören vor allen Dingen die Würmer, also verschiedenste Arten, Spulwürmer, Hakenwürmer, Bandwürmer. Sorry, kurz ins Hamburgische abgerutscht. Genau. Und ja, wie gesagt, vor allen Dingen im Darm, aber auch im Herz können Würmer wohnen oder in den Blutgefäßen. Es gibt Augenwürmer. Und dann habt ihr ja sicherlich auch schon von Giardien gehört. Das sind ja auch nicht so nette Parasiten, die man im Kot dann auch mal findet. Und das Gemeine ist, die sind eben meist unsichtbar und nur anhand der Symptome zu erkennen. Außer wenn der Befall wirklich massiv ist, dann sieht man auch im Kot oder im Erbrochenen manchmal die Würmer oder Wurmglieder. Aber an sich, ja, merkt man es eben, kann man sie nicht sehen. Oft ist das anders bei den Ektoparasiten, also die, die außen leben, meistens auf dem Tier selbst, aber auch in der Umwelt und dann nur zum Snacken auf das Tier draufspringen. Dazu gehören die Zecken. Dazu haben wir ja schon mal eine ausführlichere Folge gemacht. Dazu gehören Mücken, die kennen wir natürlich auch. Dazu gehören Flöhe, Haarlinge, Läuse, Milben. Ganz besonders tolle Kandidaten. Vor allen Dingen sind die gemein, weil man die eben manchmal doch auch nicht sieht, wenn sie nämlich in der Haut leben oder in den Haarbelgen zum Beispiel. Und zu den Milben, da gibt es so ein paar Specials, die man noch erwähnen sollte. Und zwar gibt es da welche, die so aussehen wie Hautschuppen. Es gibt die Herbstgrasmilben, die so eine orangene Färbung haben und an den Pfoten tatsächlich auch manchmal zu erkennen sind. Es gibt Nasenmilben, auch richtig weird. Und bei den Katzen vor allen Dingen gibt es auch Ohrmilben, die machen dann so schwarzen Ohrbelag. Ja, es fängt schon beim Gedanken an zu kribbeln und zu jucken. Und auch in deinem Gesichtsausdruck kann ich sehen, Franziska, bei dir auch. Ja. Es ist auf jeden Fall nicht schön. Und dann gibt es noch so Specialparasiten, zum Beispiel Leishmanien oder Toxoplasmen. Das hat man auch schon mal gehört, gerade für Schwangere beziehungsweise ungeborene Kinder gefährlich. Die leben in den Zellen der Vierbeiner und richten da ihren Schaden. Wow, ja. Die Liste ist auf jeden Fall länger, als ich gedacht hätte. Ich hatte zum Glück mit Sula noch nicht ganz so viele von diesen Parasiten, mit denen wir uns rumschlagen mussten. Aber es sind ja wirklich unglaublich viele. Da stellt sich natürlich die Frage, warum sind die denn so schädlich für unsere Vierbeiner? Was richten die an? Ja, ich sag mal so, die meisten Parasiten richten bei gesunden, erwachsenen Vierbeinern gar nicht so krasse Schäden an. Und zwar sind das meistens erstmal die direkten Schäden. Also die Parasiten ernähren sich ja entweder vom Blut der Vierbeiner oder von Hautschuppen oder Talg. Und dabei zerstören sie eben Zellen, also wenn sie zum Beispiel stechen oder wenn sie sich da eben lang fressen, um da hinzukommen, wo sie hinwollen. Und sorgen da eben für kleine Verletzungen, für Entzündungen oder wenn es jetzt an die Darmparasiten geht, eben auch für Durchfall oder Abmagerung, wenn sie eben die Nährstoffe aufnehmen. Oder wenn sie dafür sorgen, dass die Zellen so kaputt sind, dass dann eben die Resorption der Nährstoffe nicht mehr funktioniert. Und ja, im schlimmsten Falle dann eben auch mal für Blutarmut, wenn zu viel Blut aufgenommen wird. So, das sind so die direkten Schäden. Die machen, wie gesagt, den meisten Vierbeinern erstmal nichts so viel aus. Dann kommen aber die indirekten Schäden dazu. Beispielsweise, wenn die Immunreaktion, die ja vom Körper natürlicherweise erfolgt und die ja auch die Parasiten in Schach hält, wenn die überschießt. Beispielsweise bei einer Flohspeichelallergie. Das macht dann wirklich massiven Juckreiz, der dann noch auf den normalen Juckreiz quasi oben drauf kommt. Dann generell Juckreiz ist natürlich ein Problem, weil durch das Kratzen und Lecken verletzen sich die Vierbeiner dann eben auch selbst. Und in diese Verletzungen kommen dann wiederum Bakterien oder Pilze, die das Ganze dann verkomplizieren. Das heißt, dann entzündet sich die Haut noch mehr. Es kommt dazu, dass sich richtig Eiter bildet beispielsweise. Und da muss man dann wirklich auch nochmal obendrauf behandeln und kann eben nicht nur die Symptome der Parasiten in Schach halten. Genau. Und dann kommen wir zum wahrscheinlich schlimmsten Problem. Und zwar, dass die meisten Parasiten eben auch weitere Erreger übertragen. Und da habe ich ja auch schon drüber gesprochen bei der Zeckenfolge. Also da sind natürlich Anaplasmen, Babesien, Elichien und so weiter Erreger, die bekannt sind. Aber auch der Floh oder Haarlinge übertragen weitere Erreger und zwar Bandwürmer beispielsweise. Und die Leishmanien, also die intrazellulären Parasiten, die ich vorhin benannt habe, aber auch Herzwürmer werden durch bestimmte Mückenarten übertragen. Also alles in allem gar nicht so toll das Ganze. Nee, auf jeden Fall nicht. Jetzt hast du ja gerade zu Anfang gesagt, bei gesunden, erwachsenen Tieren richten die oft nicht ganz so schlimme Schäden an. Das heißt, gibt es denn bestimmte Tiere, die aber besonders gefährdet sind? Ja, genau. Also gerade für schwere Verläufe sind junge und alte Tiere besonders gefährdet. Das kennt man ja von Menschen genauso. Und auch bei anderen Erkrankungen, also bei Welpen kann es schon mal der Fall sein, dass bei so einem massiven Wurmbefall beispielsweise es auch zu einer Blutarmut kommt. Oder dass eben ja wirklich die abmagern und auch alte Tiere, wie gesagt, die nicht mehr so ein starkes Immunsystem haben oder auch vorerkrankte Tiere sind eben Dollar für diese schweren Verläufe prädisponiert. Und genauso ist es, ja, hatte ich auch schon gesagt, bei Allergikern. Also wenn dann wirklich eine zu krasse Reaktion auf die Parasiten erfolgt, dann sind eben auch schwere Verläufe eben wahrscheinlicher. Aber auch für den Parasitenbefall selbst können Tiere besonders gefährdet sein. Und zwar, wenn sie natürlich einer erhöhten Parasitenlast ausgesetzt sind. Beispielsweise, wenn sie ja im Tierheim leben oder wenn sie häufiger mal in die Tierpension gehen. Gerade Freigänger sind natürlich auch besonders gefährdet, weil sie einfach häufiger mit den draußen lebenden Parasiten in Kontakt kommen. Oder eben mit Kot oder Aas, worüber eben zum Beispiel Wurmeier ja meistens übertragen werden. Und auch Tiere aus dem Ausland, beziehungsweise wenn man mit seinem Vierbeiner in Urlaub fährt, ist man wiederum für bestimmte Parasitenarten besonders gefährdet. Und was ich auch auf jeden Fall noch erwähnen möchte, weil jetzt haben wir gerade über Tiere gesprochen, aber natürlich ist der Mensch auch gefährdet für manche Parasiten. Das kann mal einfach nur ärgerlich sein, wenn zum Beispiel Flöhe oder manche Milben dann bei uns auch Stiche und Juckreiz verteilen. Deswegen ist es auch ganz wichtig, falls ihr bei euch etwas feststellt an Symptomen, dass ihr das auch der Tierärztin oder dem Tierarzt sagt, damit er da eben einen Rückschluss ziehen kann, was es dann jetzt ist. Und es gibt aber auch Sachen, die eben nicht so ungefährlich sind. Zum Beispiel sind manche Bandwurmarten für die Hunde problemlos, für Menschen aber tatsächlich tödlich. Ich denke da an den Fuchsbandwurm. Auch die Spulwürmer, die ja sonst, sage ich jetzt mal, eigentlich auch bei den Vierbeinern nicht so problematisch sind, können die sogenannte Lava Migrans ausbilden. Und der Name sagt es schon so ein bisschen, eine wandernde Larve, eine migrierende Larve, die wandert eben bei Menschen dann gerne mal ins Gehirn oder ins Auge. Und das ist natürlich alles nicht so schön. Von daher, ja, gerade bei Kindern wirklich Obacht. Mit den Parasiten. Da drängt sich ja gleich eigentlich die Frage auf, was können wir dagegen tun, damit das gar nicht passiert. Aber bevor wir dahin kommen, würde ich tatsächlich noch einmal bei den Parasiten an sich erstmal bleiben und fragen, ob es jahreszeitliche Unterschiede gibt. Also sind bestimmte Parasiten zu bestimmten Jahreszeiten mehr verbreitet oder die Tiere dann gefährdeter? Ich sage mal jein. Also es kommt tatsächlich auf die Parasitenart drauf an. Grundsätzlich ist es halt so, dass viele Parasiten auf- oder in Säugetieren leben. Und Säugetiere zeichnen sich ja dadurch aus, dass sie immer gleich warm sind. Das heißt, da sind die jahreszeitlichen Unterschiede erstmal egal. Interessant wird, dass da bei den Parasiten, die ja auch in der Umwelt leben, ich denke da jetzt zum Beispiel an die Zecken, die haben zwar Lieblingstemperaturen und sind bei Schnee und Eis jetzt kaum zu finden, aber einige Arten leben halt auch drin. Und da macht es dann wiederum keinen Unterschied. Und auch, ja, was für uns niedrige Temperaturen sind, sind halt leider mittlerweile nicht mehr für alle Zeckenarten niedrige Temperaturen. Das heißt, ich würde auch im Winter da für Schutz sorgen. Wie gesagt, Flöhe, Milben, die leben auch entweder auf dem Tier oder in der gerne, also Flöhe jetzt zum Beispiel so schön so in so Teppichritzen oder in Fußleisten, bei den Fußleisten und da ist es natürlich auch so warm, wie es sonst auch ist im Winter. Was wirklich jahreszeitlich beschränkt ist, sind die sogenannten Herbstgrasmilben. Das ist ein bisschen irreführend, weil die sind im Früh- und Spätsommer aktiv, nicht unbedingt nur im Herbst. Die kann man eben wirklich ganz gut erkennen, dadurch, dass sie so orange gefärbte Larven haben, die dann an den Pfoten und der Bauchunterseite, also alles, was so mit dem Boden gut in Kontakt kommt, eben sich befinden und die jucken auch ganz schön böse. Also das merkt man dann. Und alles, was so in Mittelmeerregionen lebt und es gerne warm mag, so Laichmanien oder Herzwürmer, das ist natürlich auch jetzt nicht unbedingt jahreszeitlich, aber wie gesagt an die Temperaturen geheftet und deswegen bei uns zum Glück noch nicht so verbreitet. Du hattest es gerade schon kurz auch angesprochen, beziehungsweise gesagt, ja, Freigänger sind natürlich auch besonders gefährdet. Also Katzen, weil Hunde gehen in der Regel, nein, nicht in der Regel, Hunde gehen raus. Es sollte hoffentlich in Deutschland und auch hier, wo ihr alle zuhört, kein Hund geht, der nicht rausgeht. Katzen, da ist es was anderes. Es gibt auch reine Wohnungskatzen. Wie ist es denn da mit der Gefährdung? Sind die überhaupt gefährdet, wenn sie eben keinen Freilauf haben? Tatsächlich schon. Das Risiko ist natürlich deutlich geringer, vor allen Dingen für eben Wurmarten, die durch das Fressen von Kot oder Aas übertragen werden. Aber grundsätzlich gibt es einige Dauerstadien, einige Eier, die eben auch in der Umwelt überleben und die dadurch auch, ja, zum Beispiel über die Schuhsohlen mit in die Wohnung getragen werden können. Also so ein Floh, der kann auch so mal in die Wohnung gelangen, genauso wie eben manche Würmer. Und natürlich kann man auch als Mensch das Ganze mit reinbringen. Also so ein Floh kann auch mal auf einem Mensch sitzen und dann eben aufs Tier überspringen, wo der Floh sich meistens wohler fühlt. Also dass der Mensch dann wirklich mit betroffen ist, ist meistens erst, wenn der Flohbefall wirklich schlimm ist. Und was man auch noch sagen sollte, die Welpen, also wenn man jetzt auch einen Hund hat, der noch gar nicht in seinem Leben draußen war, kann der sich trotzdem infizieren mit bestimmten Würmern oder auch mit bestimmten Milben über die Mutter. Also sowohl im Mutterleib schon, als auch über die Milch. Deswegen gilt auch da, dass man eben schon mit der Behandlung beginnen sollte. Okay, die hatte ich natürlich gerade vergessen, die Welpen, die ganz am Anfang, wenn man die zu Hause hat, natürlich noch nicht rausgehen. Aber ja, ansonsten natürlich alle anderen Hunde schon. Jetzt kommen wir zur allerwichtigsten Frage und auch Antwort. Was können Tierbesitzende denn vorbeugend tun, um sich gegen Parasiten beziehungsweise ihre Vierbeiner gegen Parasiten zu schützen? Ja, auf jeden Fall beide vor Parasiten schützen. Genau. Das erste große, was man tun kann, ist die allgemeine Hygiene. Also damit meine ich wirklich regelmäßig die Näpfe auch heiß auswaschen. Damit meine ich die Decken und Kissen möglichst heiß waschen, wenn es möglich ist, auch ab und zu mal bei 60 Grad. Ich weiß, viele Materialien sind da empfindlich und große Kissenhüllen, die dann einlaufen. Das ist dann natürlich nicht so einfach. Aber wenn man es regelmäßig macht, dann ist es auf jeden Fall schon eine gute Hilfe. Auch regelmäßig Teppiche, Auto und Co. halt gut aussaugen. Also gerade wenn es jetzt in Richtung Ektoparasiten geht, ist das auch noch eine Sache, die helfen kann. Bei Barfern, das hatte ich eben vielleicht noch vergessen, hilft es, wenn man das Fütter erhitzt. Gut, das wollen wir beim Barfen natürlich eigentlich nicht. Oder es zumindest einfriert für über eine Woche bei weniger als minus 17 Grad. Also wirklich Frosten, Frosten. Das tötet auch schon Parasiten ab. Und eine Sache, die mir sehr am Herzen liegt, auch weil es eklig ist, Kot aufsammeln. Also das ist wirklich eine Maßnahme, die euren Vierbeinern hilft und die dann eben auch anderen Vierbeinern hilft, um eben keine Wurmeier zu verbreiten. Wobei man da ja sagen muss, bei Katzen ist das Ganze nicht ganz so einfach. Aber da kann es zumindest helfen, wenn man jetzt zum Beispiel Sandkisten oder Ähnliches hat, dass man die eben abdeckt. Dass zumindest die Regionen, wo Kinder halt wirklich dann noch vermehrt spielen, dass man die eben versucht, Kot frei zu halten. Ansonsten, was kann man noch gegen die Ektoparasiten tun? Und zwar nicht richtig vorbeugen, sondern eher, um es schnell zu erkennen und dann eben den Befall möglichst einzudämmen, wirklich regelmäßig das Fell durchsuchen. Also klar, gegen Zecken, am besten nach jedem Spaziergang. Aber auch Flohkot beispielsweise, der sich gerne so als dunkler Dreck tarnt, kann man dann rechtzeitig erkennen, indem man das nämlich ausbürstet und auf einem feuchten Tuch verreibt. Das sollte sich dann möglichst braun färben, denn es ist Dreck. Wenn es rot wird, ist es verdautes Blut und eben Flohkot, weil die Flöhe selbst, die sieht man gar nicht so häufig. Also die, wie gesagt, sind ja nur kurz zum Snacken auf dem Tier und verdrücken sich dann wieder. Aber den Kot, den, ja, den sieht man dann leider. Und man sollte sich auch mal die Haut seiner Vierbeine anschauen. Gibt es da Schuppen? Bewegen die sich vielleicht sogar? Dann können das bestimmte Milben sein. Aber auch gibt es Papeln, also so kleine Erhabenheiten der Haut. Gibt es Pusteln, also so Pickelchen, Rötungen, Krusten. Also irgendwelche Hinweise drauf, dass halt was irgendwie mit der Haut nicht stimmt. Und, ja, den Kot sollte man natürlich auch anschauen. Jetzt nicht wegen der Ektoparasiten, sondern wegen der Würmer. Ob da irgendwas erkennbar ist. Und, ja, meistens ist es halt nicht mit bloßem Auge erkennbar. Da kann es sich halt auch lohnen, den Kot mal untersuchen zu lassen in der Tierarztpraxis. Und wenn es dann zu einem Befall kommt, heißt es wirklich ab in die Tierarztpraxis und den wirklich so schnell wie möglich eindämmen. Also es ist jetzt kein Notfall. Man muss nicht mitten in der Nacht in den Notdienst fahren. Leib und Leben ist nicht in Gefahr. Aber in der nächsten Sprechstunde sollte man dann eben schon die Praxis aufsuchen. Und damit es gar nicht erst dazu kommt, also wenn man auf Nummer super sicher gehen will, dann sollte man wirklich rechtzeitig mit der Tierärztin oder dem Tierarzt besprechen, Medikamente einzusetzen. Ich habe wirklich sehr, sehr gute Erfahrungen mit Anti-Zeckenmitteln, Anti-Flow-Mitteln gemacht. Meine Else verträgt das alles sehr, sehr gut. Und das habe ich auch in der Praxis eigentlich immer so erlebt. Es gibt ja auch was für jeden Geschmack, sei es Tabletten, sei es Spot-on, sei es Halsbänder und eben auch gegen die Würmer regelmäßig behandeln hilft. Gerade wenn man, ja, gefährdete Personen im Haushalt hat und der Vierbeiner eben gerne mal eine Maus snackt oder... Oder Kot von anderen Tieren. Genau. Kann ich ein Lied von singen. Ja, leider mag meine das auch sehr gerne. Ja, lohnt sich dann schon vorzubeugen. Da hat man ein bisschen weniger Angst, wenn man das ständig sieht und nicht verhindern kann rechtzeitig. Ja. Ja, man kann viel tun, um das zu verhindern, dass es soweit kommt. Oder um es zumindest rechtzeitig zu erkennen und dann entsprechend zu handeln. Letzte Frage an dich, Melanie. Was würdest du dir in Bezug auf die Parasitenbekämpfung denn von Tierbesitzenden wünschen? Ja, da ist mir sofort eine Antwort eingefallen. Ich möchte natürlich, wie gesagt, es klingt alles so Horrorfilm-mäßig und ich möchte jetzt keine Panik verbreiten, weil dass man wirklich diese Symptome bei Menschen auch sieht, ist ja wirklich selten. Also ich habe das jetzt noch nicht mitbekommen. Aber nichtsdestotrotz würde ich mir wünschen, dass alle Tierhaltenden das Thema wirklich ernst nehmen, weil ich einfach schon so viele verkrustete Katzen mit Flohspeicheralergie gesehen habe, die wirklich elend aussahen. Und auch die von Zecken übertragenen Krankheiten sind wirklich nicht ohne. Und von daher würde ich mir wirklich wünschen, dass da wirklich auch medikamentös, dass da wirklich die Vorbehalte ein bisschen aufhören, weil ich wirklich in der Praxis festgestellt habe, dass die Krankheiten, die Parasiten selbst, mehr Probleme machen als die sehr selten vorkommenden Nebenwirkungen der Medikamente. Also da bin ich wirklich ein Verfechter. Da wünsche ich mir zum Wohl der Tiere, dass da wirklich darauf geachtet wird. Das war, glaube ich, ein sehr, sehr guter Abschluss und ein sehr guter Appell an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Vielen Dank für das tolle und vor allem natürlich mal wieder informative Gespräch, Melanie. Ja, sehr gerne. Ich hoffe, ihr konntet alle was mitnehmen. Ja, ich denke, das war auf jeden Fall eine Folge, mal wieder vollgepackt mit sehr vielen wichtigen Infos. In diesem Fall rund um Parasiten, wo ihr auch immer mal wieder zur Auffrischung reinhören könnt, falls ihr euch jetzt nicht sofort alles merken konntet, was ihr gehört habt und wahrscheinlich auch nicht mitgeschrieben habt. Also, ihr seid jetzt sehr, sehr vorbildlich. Zum Nachlesen gibt es viele der Informationen, aber sonst tatsächlich auch in unserem speziellen Parasiten-ABC. Das findet ihr unter www.aguila.de slash parasiten minus ABC. Oder ihr schaut mal in unseren allgemeinen Tiergesundheitsbereich auf der Website. Den gibt es unter www.aguila.de slash tiergesundheit. Da findet ihr nämlich regelmäßig neue, umfangreiche und vor allem auch tiermedizinisch fundierte Artikel rund um Krankheiten, Symptome und Vorsorge bei Hunden und Katzen. Da ist Melanie zusammen mit ihrem Team immer sehr fleißig, euch mit allen wichtigen Themen zu versorgen. Ja, gebt uns auch gerne Feedback, zu welchen Parasiten ihr unbedingt noch mehr detaillierte Infos möchtet, die wir jetzt in dieser oder auch unseren separaten Folgen, die es ja schon zu Zecken gibt und auch zu Tiermedizinmythen, da haben wir schon ein bisschen was abgedeckt. Was wir da aber noch nicht abgedeckt haben, schreibt uns gern an podcast.aguila.de Die Folgen verlinke ich euch in jedem Fall auch in den Shownotes, damit ihr auch dort nochmal reinhören könnt, wenn ihr mögt. Ja, ich freue mich, wenn ihr zu unserer nächsten Folge Ende April wieder einschaltet. Auch da wird es wieder um ein für alle Tierbesitzenden auf jeden Fall relevantes Thema gehen. Bis dahin genießt auf jeden Fall den Frühling und bleibt gesund. Tschüss! Tschüss! Ich bin schon sehr gespannt.